Wo ist der Unterschied zwischen einer Jihali-Bombe und einer... Nimm die Chirat, nimm die Chirat. Stimmt, da krieg ich 42 für die Jungfrauen. Gefällt mir. Sorry. Keine andere Wahl. NICHT WIRKLICH! Was? Wann hast du gemacht? Hallo und herzlich willkommen zu der neuen Runde TTTTTTTTTTTTT Äh... Ne, die will ich nicht. Was ist denn, Marek? Ja, hier, da! Du stirbst, du bist nicht gekommen. Das geht nicht. Hier ist echt nichts besseres. Ah! Till! Ja, ich will noch ein bisschen Amo mitnehmen. Ich hab grad so... Dezent... Leck, 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 leck. Ja, es war eine Runde neu begangen hat. Mama! Till und David. Till, David. Wieso? Ich hab versucht, die Tür aufzumachen. Ja, ich weiß. Ja, ich weiß. Ich hab grad irgendwas aktiviert. Ich weiß nie was. Kann man irgendwas aktivieren? Das stimmt, Brader. Das ist ganz bestimmt. Hier ist ein Loch. Das ist null. Da brennt irgendwas aktivieren. Das ist einfach. Oh scheiße, ist das hier. Haha, Windows XP, Junge! Da kann man nicht. Lol! Ah! Ja, sperr mich aber jetzt noch ein. Alter, wo guckt ihr denn her? Alter, ich hab grad den geilsten Screenshot aller Zeiten. Ja, der Marc ist stehen geblieben und erzählt uns jetzt, dass wir ein Screenshot. Ja, deswegen, weil ihr ja auch alle alleine seid da hinten und ich hier. Ah! Was ist das denn für ne geile Map hier? Nice. Ah! Till! Ich weiß. Ich hab nichts besseres gefunden. Till, warum rätst du hinter mir her? Boah, ich die sink hier so schön in die Gegend. Ah, hier. Das Neckle. Das Neckle geht's wohl von mir mal weg. Du freust mich? Jetzt bin ich doch oben. Ah! Ich bin! Alter, Joey, willst du mich verarschen? Weißt du, zwei gibt's denn Headshots? Ja, aber wir haben uns doch nicht bewegt. Ja, jetzt... ja, zieh' dich. Ja... einfach laufen. Ja, kann ich ziehen. Also, hier gibt's... hier gibt's so komische Turnpile. Was kannst du aktivieren? ich habe schon abgestaubt stirbt leute hier ist was durch die phase guckt euch mal den bildschirm an bitte ich weiß was du meinst office kann auch sein ach das nicht kill wer darf ich wollte ich nicht nein ok hier ist so ein das ist irgendwie unsichtbar hä ne das ist auch so ein Maschinengewehr ne 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 da kann man was aufbauen denk ich mal ja aber womit ja aber nix wie trailer sagt ey hier liegt so warte mal äh Magneto ist dick wo ist denn hier ach da äh wer ist ja eigentlich nicht mehr verreckt Nico und David ich kann das nicht nehmen er hat grad irgendjemanden gekillt ja trefft euch naja ich bin nicht wieder alleine ich hab ja keine bock auf euch ja den natsch komm Joey oder wie auch immer noch Nico ne 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 Das muss ich jetzt sagen, das muss ich jetzt sagen. Was denn? Wenn du draußen bist, gibt es eine Stelle, wo du reinmierst. Wenn man draußen ist, wenn Smog sieht, Nico. Was, wenn man was sieht? Geh mal aus dem Schiff raus. Ja. Wie siehst du den Dampf da? Welchen Dampf? Was macht ihr denn hier? Wollt ihr mich ja nicht verarschen? Wofür ist eigentlich dieses scheiß Decoyding da? Dann bist du im Meer und siehst einfach Ratte. Was war das denn? Ich habe mir so einen Scheiß Decoy. Wofür ist eine Decoy da? Ich verstehe nicht, wofür eine Decoy da ist. Die habe ich mir die gekauft im Traitor Store. Ich dachte, das wäre das Radar. Aber wofür ist das da? Kann mir das jetzt mit einer Ecke erklären? Ja. Ich sehe den läuft. Ja. Ja, aber ich kann ihn nicht werfen oder sowas. Ich kann ihn nicht werfen. Ja. Du bist immer rechts vom Schiff raus. Ja. Du bist immer rechts vom Schiff raus. Du bist immer so unter Wasser, glaube ich. Oder so. Wenn du da reingehst. Ja, das ist immer mega buggy hier alles. Es ist einfach. Alter, ich lag mit meiner ersten Vermutung, wofür diese Klappe da da ist genau richtig. auch schon wieder den Shotgang abgestaubt. Ja, da kann es, es gibt hier so viele. Ich hätte fast, ich war kurz davor zu rufen. Boah, was gibt es hier für viele Knöppe als Tracer, als sich das als gesehen hat. Wer hat mich eben gekillt? Nico, was verarscht? Ich hab dich, hab dir noch einen reingedrückt, ne? Ja. Der Nico, was hast du eigentlich noch mal als erstes geschrieben? Du hast den ersten falschen Namen geschrieben. Du bist immer schwächer sein. Ich hab echt viel geschrien. Ich hab echt viel geschrien. Oh, scheiße. Du hast erst Hilgeschrien? Ah! Nico! Ja, Nico, einfach nach Hilgeschrien. Ja, einfach mal so. Dann kommt dann nach David. Dann wüsste schon, dass David war. Guck, Nico, Nico, Nico. Ja, du hier, hier. Da. Da siehst du gar sogar von hier raus. Alter, Jungs. Ähm. David. Ich bin... Scheiße. Halt die Fresse! Halt die Fresse! Sorry. Jetzt geht man da raus. Ich nehm grober. Sorry, das war geflext, das war wirklich geflext. War das noch ein Aufzug? Ja, ich weiß, den hab ich gerade mal geholt. Ja! Schon wieder zwei Leute geholt. Wann bin ich eigentlich für ein Schnittchen hier? Geht ihr da raus? 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 Ja, da ist doch... Geht ihr da raus? Geht ihr da raus? Ich hab noch fünf AP, das war saueng! ich hab so schlecht geschossen ja also die map ist glaube ich für so viele leute ein bisschen viel ja der nico und den strengler habe ich stand dabei so geil zusammen cool die pistolen munition hat bei mir überhaupt keinen skin ich hab wieder einen shotgang abgestaut da liegen ja auch quasi nur shotguns wir haben den da hinten liegen nur shotguns wenn du weiter vorne bist du bist am Arsch das hatte ich nicht die erste Runde da liegen nur viel shotguns ey ich hab keine haha cooles chaos ich mach jetzt 2 Runden im folge Traitor das muss definitiv länger sein wie ist das? silent shotgun das ist auch probleme silent shotgun silent shotgun silent shotgun ja was denkst du? hbb 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 j75 hbb ja wb es mell zus we auch hbb hb hbb und da hängt da wir das weg gemacht er hat den hatten zu wie weggehauen ok wo bist du ich komme ich komme ok ich gehe zu unserem sportbereich ok wo finde ich denn dahin ich glaube ich bin also dann ist es still Achtung die Klappe hier kann man zum Beispiel als Traitor öffnen ja die hier warte bist du und so und hat dir das schon mal jemand gesagt Alter wieso bist du gebrannt ey keine Ahnung es sah mega geil aus du hast doch so eine Hand gedrückt ich weiß aber hä alter nico wie ich wusste dass du das hast du Molotow geschmissen ja das Problem ist wenn du wenn du nicht mehr in den Flammen stehst da brennst du auch nicht bei dem Molotow brennst du weiter ja ich habe nur so eine Lücke geöffnet also ganz ehrlich ich finde die Map irgendwie scheiße ich mag die Map oh jetzt komm ich kann schon keine Shotgun mehr haben ich finde die Map auch scheiße ich habe ja eine Rifle wow auf der Map habe ich eine Rifle Alter ich sammle nur mehr Grenzen wow danke nicht ey wer will ein Drink wer will ein Drink ich mach Drinks das war so geil ey mit dem Molotow ja der war echt Pornos du kannst mit so einer Hand ein Turret aktivieren da ich hab ne 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 ja ich dir auch aber ich werd gar nicht sehen was ich davon hab glaub dem nicht ich bin innocent ja mach ich soll so nach hinten trotz den anderen weg ja ok trotz den anderen weg nee ich hab guck mal meine Punkte an bitte ich bin wirklich innocent Digga hm ey wieso funktionieren die scheiß Button nicht ach ihr seid hier drin scheiße konfirm den konfirm den Marek Hä dann geht nicht ja ich weiß ihr beiden würde kacke wo ist der Unterschied zwischen einer Jihalibombe und einer äh achso nimm die Charat nimm die Charat stimmt da krieg 42 für die Jungfrauen gefällt mir korrig keine andere Wahl nicht wirklich warte warte was hast du gemacht ja die hat immer genommen dass ich in die Luft gespreche ich wusste es ach nö er hat aber nicht den zweiten noch mitgenommen ach nö ich wusste es ich hab die nämlich selber mal aus dummheit gezählt weißt du noch nico ja man und ich dachte er nimmt vielleicht noch jemand mit das ist drin das ist leik du krass ne ne das ist kein ich bin ich ich fast wasser ich habe ich habe die jahre ich kann zum glück legen dass ich noch jemand weg geholt habe war meine mit der ja doch geschrien hat nachdem er tot war muss ein knopf drücken ist bei mir ist nicht zu spät natürlich wenn nur zwei leben dürfen ich habe schon überlegt ist er doof genug daraus zu ich kann das nicht wusste was ich scheiße kollege ja die bombe ich will keine reife die wohnen sind ich bin ich dann erst das kommt leider abgeschmissen abgeschmissen ja stehen wir doch im weg das ist das ist schießt er auf dich schießt er auf dich leute das war nicht witzig was war das hier das ist eine geile redschatbombe wo seid ihr denn das ist ein bisschen scheiße für dich oder habe ich jetzt heute vier mal glaube ich vier mal traiter action zeigen können und auch immer was weg ich wollte mich halt nicht direkt auffällig machen ich war auch traiter ja danke fürs zuschauen auf wiedersehen nimm die mal bitte nicht auf david ich muss gleich werden Der bricht die Aufnahme nicht mehr ab, ich drück die ganze Zeit ab.